Schwarzer Tee und Backpulver. Oh ja, Chilibohnen und Tomaten. Das ist ja von Herold von Moschdener. Das siehst du schon. An den Artikeln erkenne ich das. Von Moschdener. Oh, der schickt nur noch ein Luxusprodukt. Eine Pfeife. Eine Pfeife ist das. Eine Pfeife. Ey, wie raucht man den Pfeifen? Ich habe nie Pfeife geraucht. Der Pfeifenputzer. Der Paffen ist nichts. Schon wieder Herold von Moschdener. Sauerkraut. Beste Gruß. Weinsauerkraut wurde im 14. Jahrhundert übrigens von den weinenden Hexen erfunden. Sie waren sehr in Gram und Wut und so entstand Weinsauerkraut. Echt? Krass. Ist haltbar. Dankeschön. Wow. Nochmal. Toilettenpapier. Oh, wieder Hakel. Die guten 16er Rollen. Zweimal. Da kommt links noch ein Paket. Das hätten wir jetzt gleich machen sollen. Da ist kein Absender drauf. Hat graues Tape. Ich will es hinter mir haben. Setz dich hin. Nö. Nö. Langsam habe ich mal abge... Ah, ne. Ich weiß es nicht. Ja, was ist was anderes. Aldi, wo ist... Ohhhh. Ich hab alles geschult. Knossi, kannst du meinem Freund Beni alles Gute zum Gewürzen wünschen? Mö. Mö. Die waren ja unten gelb. Die waren ja unten gelb. Das wollen sie sich die Arbeit machen. So eine Scheiße zu verschicken. Die ärgern uns doch damit nicht. Die könnt ihr doch verkaufen. Die waren gut genutzt. Die könnt ihr euch verkaufen. Alter, für einen 70er. Chat. Für einen 70er. Das war kindisch und unreif. Aha. Heidi wird zum Schlumpf. Oha. Ey, so eine Kiste hab ich. Ich hab so eine schon mal gekriegt mit einer Sonnenbrille. Aus Holz. Guckt euch das an. Oh, die hab ich. Oh, die ist geil. So eine hab ich schon mal. Wow. Das hat er mit dem 3D-Drucker gemacht, ne. Gadget. Das hat er mit dem 3D-Drucker, glaub ich, drucken lassen. Und das da? Was macht man damit? Ich versteh's nicht. Das ist einfach ein Alge-Schild. Einfach nur so. Ich versteh's auch noch nicht genau. Ja, das ist eine Buchs. Das schreibt er ja. Vielen lieben Dank. Ey, Klausi. Ich bin ein super Fan von dir. Und dachte, ich sende dir einfach ein kleines Paket in der Hoffnung, du öffnest es. Anfang des Jahres habe ich gemeinsam mit meiner Freundin ein junges Modelabel gegründet. Wir lassen dies nachhaltig in meiner Heimat Portugal produzieren. Über deinen Support würde ich mich freuen. Soll es dir nicht passen oder doch noch mehr haben willst, melde dich. Juliano. So, es wäre schön, wenn meine Mutter mir nicht in den Schritt guckt. Mutter, dreh dich weg. Wow. Was scheiße. Wo ist denn der eng? Im Schritt. Na, was? Im Schritt. Hier in den Taschendicht wieder. Wuscht du mir jetzt? Komm, das andere. Was denn? Guck weg, dreh dich um. Jungs, adresse halte ich über die Nummer ausbekommen. Dreh dich doch weg, ich mach das hier unten. Drehst du dich jetzt mal weg, Mutter? Und du aufrauch. Alle beiden in die Richtung gucken. Wirklich in die andere Richtung, guck bitte. Guck bitte weg, auf den Scheißerhocken. Guck nicht! Nein! Ich guck nur, ob man was sieht. Mutter! Mensch, stimmt, das ist jetzt was ganz was Neues, dass ich dich oben rum nackt sehe. Bitte, guck jetzt beide weg, aber alle beide. Das ist was ganz was Neues. Ich will das nicht. Ich habe ihn noch nie nackt gesehen. Kannst du jetzt bitte weggucken? Ich weiß nicht, im Sommer springt er auch ins Wasser. Ja, er springt auch nie im Sommer ins Wasser. Mutter! Schatz! Ey! Ey! Ein schöner Rücken kann rausziehen. Mutter, ich muss aufpassen jetzt. Ja, dann pass auf. Schön gestellt. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Muss man echt sagen. Werbeshow geworden hier, Jack. Bist du die Nummer zu klein? Ja, leider. Ja, fast zu klein. Viel Spaß mit den Schuhen. Ich hoffe, sie gefallen dir. Du findest ein passendes Outfit. Auf Instagram findest du das Video, was ich mit meiner Tochter für dich gedreht habe. Hab dich ganz doll lieb und wunderbar. Insta. Tissi Custom Design. Geil! Ah, süß. Wirklich. Echt süß. Wow! Oha! Oha! Die sind echt gut. Ah, die kann es ja nicht anziehen wieder. Das ist ja... Oha, Alter! Das ist ja... Alter! Dieses Nike-Logo auch vorne drauf. Auch vorne ist ja hier der Name. König Knossi, ja? Wie lange hast du für den Schuh gebraucht? Drei, vier Tage, zwei Tage, drei Tage. Ich weiß gar nicht. Wir haben immer abgestimmt. Machen wir mit Gesicht, machen wir ohne und so. Aha! Aber einmal musst du die beim Akt anlassen, ne? Beim Akt? Welchem Akt? Ja, das ist mit deiner Frau, dass der Fußfetisch von ihr kickt. Ja, hast du Bock? Soll ich machen? Mach ich. Mach ich heute Abend, ja. Sehr traurig. Meine Mutter sitzt hier. Scheiße, ich will auch Schuhe. Was hat deine Mutter für die Größe? 40, 31. 41. 41! Das ist der Fußfetisch. Der Fußfetisch auch. Der kriegt's kaum in den Mund. Ich liebe deine Streams und deine Camps und dich. Ich möchte so gerne einmal mit dir schlafen. Das musst du nicht im Stream vorlesen. Ist schon zu spät. Mach Spaß, mach Spaß. Ich habe zusätzlich dein Knossi-Logo gemalt und hoffe, dir gefällt es. Mach weiter so und verliere nie deine Ziele im Blick. Liebe Grüße, Celina. Er hat's in Golden Edding und hat das so schön gemalt, ne? Chat. Die Leute sind so süß, gell? Hi. Ey, vielen lieben Dank für euer Paket. Ich hoffe, es schmeckt dir. Trinkt ihr das bei euch immer? Mein Vater liebt es jedenfalls, also... Ja, das geht bei mir in einem der nächsten Streams drauf. Ich danke euch, gell? Bleibt gesund, ne? Das ist wichtig. Natürlich. Schöner Kleffer. Schöner Kleffer habt ihr da, da freuen sich die Nachbarn. Wie? Warte mal, klemmst du ganz kurz. Da muss aber auch mal der Hunde-Dings... Wie heißt das? Ganz dringend der Hundepsychologe von Kabel 1 mal rüber. Ah, hier, Fasching. Darf man nicht mehr sagen, Indianer. Darf man nicht mehr. Oder ist doch schon... Heutzutage darf man das nicht mehr sagen. Wir sind schon so weit, Indianer darf man nicht mehr sagen. Weil letztes Mal hier schon ein Thema. Darf man nicht mehr. Jetzt im Ernst? Ja, darf man nicht mehr. Na, dein Kopf ist schwarz wie der Bubi. Ne, warum? Da ist ein erwachsener Mann drauf. Ja, aber du hast schon... Oh, und ne CD. Franky Penky Griechenland. Der Mallorca-Hit-Sommer-Hit 2012. Ja. Jooooooooowooow. Griechenland, Griecheland, wir haben das noch noch völlig abgebrannt. Griechenland, Griechenland, du bist abgebrannt. Das ist aber nett, wenn meine Freundin aus Griechenland, jetzt merke ich erst. Das ist ja ein Diss-Song in Griechenland. Ich dachte die ganze Zeit, Griechenland, wir zocken da und so. Und jetzt verbrennt es das Geld, die meine Freundin verkehrt kommt. Völlig abgezockt und abgebrannt. Ja, ich habe das ganz falsch verstanden. Ich dachte, geil. Griechenland, Griechenland. Völlig verzockt und abgebrannt. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Ballermann-Lied. Und nicht irgendwie, Achtung, es geht weiter. Ballermann darf man heutzutage nicht mehr sagen. Wie, ach Quatsch. Nein, Mallorca-Party-Strand. Jetzt im Ernst? Ja, das ist so. Stimmt das? Ja. Hä? Darf man nicht mehr sagen. Warum? Ja, so ist es halt. Ach komm, man darf aber gar nichts mehr sagen. War Spaß, nee, das war Spaß. War nur Spaß. Die andere fliegt aus dem Dschungel, weil sie da so sagen. Nee, selber darf man, Mutter, das kann man aber auch nicht sagen, was du im Dschungel gesagt hast. Mutter. Davon kannst du richtig schön die Schüssel zudonnern. Besonders ich. Das ist doch auch wieder von dir, Herbert von Mosch. Herbert, das ist doch wieder von dir. Oh, auf das freue ich mich jedes Jahr. Das ist wirklich, das brauche ich. Da walt es nämlich mit ins Bett und riecht dran. Kunstrasen. Das riecht wirklich wie Rasen. Das riecht wie Rasen, dann Gute Nacht um sieben. Kunstrasen ist immer das Beste. Dankeschön an die Firma kunstrasen.de. Oh, der soll kein Lebensmittel schicken. Das sind ja verpackte, musst du gucken. Super Klößchen. Ja, das sind so. Elfter, neunter, das geht. Ein Gruß von Herold zum Mosch-Dähner. Diese Klößchen helfen gegen schlechte Laune, aber bitte nur drei pro Tag. Ächtest du das? Nee. Alter, spinnst du die? Die sind krass. Oh, die Katzenzungen sind krass. Guck mal aufs Datum. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, ja. Aber nur noch bis März. Nur noch bis März. Und nicht eine, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Zehn Mal Katzenzungen von Sarotti. Rotkohl. Rotkohl tatsächlich. Der Mosch-Dähner wieder. Also Mosch-Dähner. Eine Flasche Dornfelder. Aha. Und danach gehen wir ins Bett. Hast du auch nur einen Gedanken? Mit mir stimmt was nicht. Wieso? Ich weiß es nicht. Ich hab so Hitzewallung oder irgendwas. Dann zieh doch mal was aus. Vielleicht ist das zu warm. Irgendwas ist mit mir. Was ist denn das für eine Pille gewesen? Für eine komische. Ja, du musst doch alles machen. Alles gegeben. Ja, verstehst du auch nicht. Ja, natürlich. Man lebt doch nur einmal. Man muss es auch mal ausprobieren. Ja, jetzt. Ihr Pfeifen. Oh, das ist ja, das ist er, Schatz. Den liebe ich. Nein, du trinkst jetzt nicht. Na, du machen jetzt. Nein. Komm. Du bist bescheuert. Das ist ja gut. Putz doch nachher. Der ist nicht ganz sauber. Der ist, du bist nicht ganz sauber. Also, du bist, ja, du bist nicht ganz sauber. Oh, das klingt. Komm. Oh, was machst du denn, du? Ich liebe Essig über alles. Oh Gott, Schatz, die müssen wir aufheben für Bubi, seinen Geburtstag. Aber das hier weiß ich. Das habe ich schon mal gesehen. Nee, ich auch. Das habe ich schon mal gesehen, aber ich kann euch nicht sagen, wo steckt man das rein? Hier, Mutter, da ist was für dich dabei. Oder für meinen Schatz. Mach wie ein Marienkäfer. Okay, lass. Oh, die gute alte Kaffeesahne, die in jedem Hartz-IV-Haushalt bei jedem Geburtstag auf dem Tisch stehen muss. Bei uns, an jedem Geburtstag, steht die auf dem Tisch mit dem besten Besteck von der Mutter, was er hat. Dann wird permanent gebetet. Iss noch eine. Iss bitte noch. Komm, ess jetzt noch, bitte. Ess noch vier Stücke Kuchen jetzt. Wer kennt's, die Geburtstage. Bei alten Leuten ist immer so. Ist das von der Sängerin, die ich gehostet habe? Ach so. Das ist sie. Da war noch was drin. Ah, Jens. Oh, ein USB-Stick. Geil. Wow, guck mal, Mutter, ein Schlüsselanhänger von Soulhickers. Meine absoluten Lieblingsstreamerin. Die macht echt gute Musik. Valhalla. Die macht wirklich so Mittelalter-Vikings-Musik. Das hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Ghostbusters. Ah ja. Ah ja, stimmt. Wer ist das? Wer soll das sagen? Das ist Sascha. Das bin ich. Das ist Money Mark. Das ist das liebe noch. Und da gibt's. Ey, die sehen wirklich aus wie wir. Die sehen halt wirklich aus wie wir. Ey, die sehen halt wirklich aus wie wir. Ey, vielen lieben Dank für dein Paket, Soulhickers. Oh, ich hab dir zu danken, Knossi. Ich freu mich ganz arg, dass du es jetzt noch aufgemacht hast. Ja, logisch, Mensch. Ich freu mich auch. Es war beim letzten Mal schön. Wie das Gesang war ein schöner Abend. Okay, sing was anderes für meine Mutter. Ähm, wie wär's mit? Ähm, daheim verblasst. Die Welt rückt nah, mit vielen Pfadern liegt sie da und lockt durch Schatten, durch Trug und Nacht, bis endlich Stern um Stern erwacht. Wolke zu wehlicht, grauer Nebel, ohne Grund, ohne Grund. So. Super. Jetzt hast du mich völlig erwischt, jetzt war ich völlig, hab ich nicht damit gerechnet. Und Knossi, ich wohne nur eine Stunde von dir weg, wollte ich mal sagen, gell? Ach so. Ja. Ja, klar. Also, wenn ihr mal eine Sängerin braucht, liebe Lia, wenn ihr heiratet, ihr braucht eine Hochzeit-Sängerin. Gerade nochmal gerettet. Ich bin für euch da. Oh, Juhu, ich hab doch nicht so ein großes Ding gesehen. Ist das Ananas? Ja. Lieber. Alter, das ist so groß wie mein Kopf. Die hab ich als Kind auch gehabt. Wer hat die auch gehabt, Chat, die Pets, wo du die Bonbons reinschiebst? Wer hat das auch gehabt? Ey, sowas hab ich auch immer geliebt, auch als Kind. Ey, da ist jemand wie ich. Hab ich immer gekauft als Kind. Wundertüten. Ja. Überraschungstüten, Wundertüten. Und nur Schrott drin. Es ist nur Schrott drin, aber es ist doch egal. Aber es macht echt Spaß. Es ist einfach, weißt du, der Traum, dass da was Geiles drin ist. Oh, Prosegole, hä? Schade, dass die Kiste nicht zuerst kamen. Das ist ein Wrestling-T-Shirt. Von wem ist denn das, Chat? Das ist der Undertaker. Nein, ist nicht, ist der Undertaker? Soll ich das was sagen? Jetzt. Und meine Freundin aussieht wie der Undertaker. Zu guter Letzt, das T-Shirt für Liga zum Schlafen. Ganz wichtig. Schaut, was auf dem Rücken steht, sonst verreckt der Gag. Ja, jetzt ist uns alles klar. Boah, danke. Ja, hallo. Riesendose Ananas hab ich noch nie gesehen. Ja, die gibt's tatsächlich noch größer. Aber drei Kilo haben wir dann gedacht, das Paket. Was gibt's noch größer? Ja, ja, gibt's schon noch größer. Viel größer in der Metro. Ja, aber dann musst du ja auch schnell verbrauchen, weißt? Für alle was haben wir gedacht, ja. Ey, das ist so ein schönes Allround-Paket. Ja, aber echt cool. Wir haben bis jetzt ausgeharrt. 50 Pakete sind viel. Wir können auch immer mal 30 machen. Ist besser. Waren das jetzt 50? Das waren fast 50, 47 Stück. Ich finde, das ging aber. Ja, weil, weißt du warum? Weil viele, viele Mosch-Dähner-Sachen, so schnelle Pakete waren. Ah ja, klar. Wenn das jetzt alle einzelne Sachen, viele verpackte, oh, da hätten wir ein Problem gehabt. Da hätten wir nicht geschafft. Hey, Rolf, zum Mosch-Dähner mit dem Zehner, da kommt noch einiges. Tolle Sachen, Mosch-Dähner. Ey, und auch an euch vielen lieben Dank. Allge. Allge.